Mademoiselle Andrea, könnten Sie mir bitte mein Papier geben? Welches Papier? Na, die Bestätigung meiner Beförderung. Ah ja. Habe ich noch nicht. Was ist denn passiert? Die neue Anordnung. Er wollte es Ihnen doch sagen. Hat er aber nicht. Dann sollten Sie ihn lieber selbst fragen. Gut, in Ordnung, lieber Freund. Bis später. Ja, ich notiere.